Und jetzt kommt zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Bitte hört mal auf am Anfang der Folge zu reden, alter. Mit dem Marco als Gast, mit dem Marco als Gast und dem René als Gast. Guten Abend. So. Und jetzt können wir anfangen. Und ich bin natürlich auch dabei und der Killer ist direkt bei mir. Der Killer ist schon wieder bei mir. Was? Das ist ja ganz was Neues. Der Chapper. Oh. Wieso geht denn der durch das Fenster da durch? Weil das kann. Kann der mal hier weggehen? Nein. What the fuck, alter? Also ich bin am mittleren Gebäude. Ich hock die ganze Zeit hier drin. Jetzt. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Jetzt bist du dafür bei mir? Cool. Ja, bei mir auch. Kann ich endlich mal anfangen. Da hat wieder einer die Leertaste gehämmert. Ja, ich. Irgendwelche Kritikpunkte zur Audioqualität der anderen beiden bitte in die Kommentare. Falls wir... Was? Jetzt. Wir werden sich mit allerhöchster... Freude ignorieren. Mit allerhöchster Priorität behandeln, Manns. Ja. Wir werden sie lesen. Fertig. Darüber lachen? Nein. Ich nicht. Ob... Obwohl ich schon. Du nicht. Danke. Ich nehme sowas immer sehr ernst. Ich auch. Im... Schnauzerwinnig muss... Du darfst mich aber halt scheißegal, weißt du. Der Markus sagt einfach fickt euch. Äh, Diegelgefütz. Ist ihm egal. Diegelwutig. Neck hat einen komischen Opa-Arm hier. Durchtrainiert das? Ne. Einfach komisch. In der Form. Ich führe eigentlich, oder? Durchtrainiert ist nicht komisch. Eine Frau schon? Nein. Vor allem wenn es nur... Vor allem wenn es nur eine... Würde er jetzt sagen, es kommt vom Wichsen, ne? Aber... In der Aufnahme. René ist das egal, weißt du. Vor allem wie oft der in der Aufnahme... Fuck sagt, ne? Ist der Shit. Ey. Der steht im deutschen Duden, ey. Ehrlich? Glaub ich nicht. Trassen Fuck her, ist Ordnung. Hälfte ihr dem? Äh, nein. Oh ja. Okay. Voll der Artizime. Ja, richtig krass, ey. Boah. Geile Werkzeugkiste, ey. Krass. Kennst du das Gefühl, dir juckt das Auge? Ja. Ja, ich kenn das Gefühl, ja. Und Max... Also, der hat so eine Wimper, so eine Wimper unterm Auge. René, hilfst du dem? Würde ich gern. Ja, weiter. Aber der platziert hier Fallen außenrum. Egal. Einfach drüber rennen. Du bist immun. Spring. Wenn ein DVD springen könnte, wäre mega nice. Marco, was magst du? Jenny. Sehr gut, ich mach auch einen. Ich bin bei der Hälfte. Ich bin jetzt auch wieder bei der Hälfte. Warte, die Leertaste ist ein bisschen leiser. Die Tastatur ist lauter als du selber. Das ist halt echt der Shit. Ja, nein! Oh, er ist abgelenkt. Du? Ach nein, oder? Warum? Keller? Nee. Oh, Mann. Ganz weit weg. Marco, wie weit ist deiner? Fast fertig. Ich wäre da eigentlich... Oh, Gott. Geht an in drei... Also, ich brauche Hilfe. Ja, doch nicht in drei. Ich muss da abbrechen. Mein Jenny. Fertig. Okay. Du mal rechts entlang, Marco. Mach ich. Komm zurück, Nick. Ja, ich seh'n. Ausgang. Er pickt ihn. Marco, du musst den René holen. Ich bin dabei. Ich renne so schnell, ich kann. Jetzt ist die beste Chance. Ja, ich renne doch schon. Bleib du beim anderen. Ja, ich bleib eh bei dem Jenny. Weil der ist fast fertig. Das... Ja, dann mach halt fertig. Ja, kann ich, Ned. Er ist doch hier. Ja, komm, du sagst zu Marco immer, mach halt weiter, mach halt weiter. Ja, nicht, wenn er direkt daneben steht. Wird er gleich zu uns herkommen? Mit Sicherheit. Halb mich. Mach ich. Häng ihn ab, er kommt hierher. Ja, wobei. Das ist ne Falleinschaft. Okay, nice. Lauf da an dem Haken, ist auch irgendwo ne Falle, Nick. Äh, Marco. Geliehene Zeit hat getriggert, leider. Äh, wie schaut's mit dem Generator aus? Ist fast fertig, immer noch. Ist das der im Feld? Ja, der im Feld. Okay, dann bleib ich mal ein bisschen taktisch hier beim Ausgang. Ja. René, wo bist du? Ah, da. Okay, du bist... Ich war an dem Generator. Ich hab Heartbeat, wo ist der... Wo ist der Killerino? Ah, er verfolgt ihn, okay. Ja, das ist von mir. Marco, Ausgang? Mach Ausgang. Der ist direkt neben mir, ey. Äh, der ist tot, wenn er hängt. Okay, welchen Ausgang machst du, Marco? Der, der beim Killer direkt ist. Okay, das ist... Nix, soll ich zum Anderen? Ja, ich renne auch zum Anderen grad. Also ich renne halt einfach mal außen rum. Wo bist du genau, Marco? Ich bin direkt neben dem Killer am anderen Ausgang. Das ist... Das ist keine Position sein kann. So. Er platziert ne Falle, macht den anderen Ausgang aus. Ja. Ich bin am Anderen. Du darfst doch bloß nicht reinrennen, Marco. Ist er noch da? Ne, ne? Ja, der ist noch da. Der bekämpft den Ausgang. Obwohl er ne Falle gelegt hat. Ja, ne. Ja, weil er blöd ist. Jetzt kommt er zu mir. Jungs, mach den Ausgang auf. Entschärf die Falle, Marco. Jungs! René! Mach den Ausgang auf. Jaaaa! Ich bin noch bei Marco beim Anderen. So, mach auf. Ja, wird's aber Zeit jetzt, Jungs. Denk noch einen für dich. Wie weit bist du? Okay. Lauf aber zum Ausgang. Hier ist noch eine Palette, Nick. Warte, warte. Komm zurück. Jungs, was? Ist offen! Das war zwar sehr gut von dir, Marco. Das war sehr heroisch. Aber das bringt dir selber gar nichts. Weil ich hab meinen Pack nicht mehr. Krabbel raus! Krabbel raus! Versuch's! Ne, versuchst du gar nicht. Doch! Ich bin dabei! Ah, fuck. Was? Ich würde jetzt einfach weglaufen müssen, weil dann hätten wir uns durchgewechselt. Also ich bin gleich full heal, dann kann ich noch einen tanken und... Ja, ja, warte. Bin soweit. Hang ihn ab. Komme. Ja, ich komm. Ich bin hit. Ich kann ihn halt nicht ablenken. Er ist halt bei mir. Komm mit, Marco. Lauf! Lauf! Renn vor! Lauf, Marco! Scheiße! Oh nein! Ah, René, das funktioniert nicht. Ja, ich wollte noch ein paar Punkte holen. Hahaha! Nein! Ich hätte es noch riskieren können mit dem Strike. Aber das war mir dann doch zu risky. Ah! Ja, da warst du zu heldenhaft unterwegs, Marco. Das war... Ja, da warst du zu heldenhaft unterwegs, Marco. Mach mal ein bisschen leiser drücken, ey. Das ist ja süß. Ja, Alter. So, mit diesen Bildern... ...viel Dank fürs Zusehen. Haut rein, du bist zur nächsten Folge DVD. Uuuh! Ciao! Tschüss!